Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um das Schlüsselwort Atomic. Und ja, Atomic ist ein besonderes Ding in C++. Wir haben hier schon mit atomaren Variablen gearbeitet. Ich mache hier gerade nochmal den Code von letztem Mal rein. Und zwar sehen wir hier in unserer Klasse Spinlog haben wir hier eine Atomic Flag gehabt. Diese Atomic Flag ist jetzt schon eine Weile in C++ drin. Soweit ich weiß war das C++11, wo das dazugekommen ist. Und kann für solche tollen Dinge verwendet werden, wie zum Beispiel Spinlogs. Doch es geht noch deutlich besser. Und Achtung, jetzt begeben wir uns hier wirklich in C++20 rein. Zumindest teilweise. Manche Sachen funktionierten auch schon vorher. Aber ja, man kann auch tatsächlich mittlerweile in C++ atomare Variablen definieren. Das heißt, ihr könnt wirklich hergehen und sagen, hey, das Ding ist jetzt, also ich mache das hier jetzt mal kurz raus. Ähm, das Spinlog mache ich wieder raus. Und ja, das hier wollte ich eigentlich auch nicht mehr haben. Sondern ich wollte hier zum Beispiel eine Atomic Variable. Also eigentlich std, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Atomic. Aber wie gesagt, wir nutzen Namespace std, Atomic. Und das ist jetzt ein generischer Typ. Und ihr könnt hier jetzt tatsächlich hergehen und mehr oder weniger reinschreiben, was ihr wollt. Also zum Beispiel Atomic Bool, ja. Das wäre dann ein atomarer Boolie. Und mit diesem Ding kann ich ziemlich viel bauen. Ähm, wie zum Beispiel eben ein, ein sehr praktisches Beispiel für Datenverwaltung, ja. Mehr oder zwei freddige Datenverwaltung oder sogar mehr freddige Datenverwaltung. Was tatsächlich ein häufiger Anwendungsfall ist. Das wollen wir mal kurz tun. Aber bitte behaltet im Kopf, dass wir hier tatsächlich in Atomic noch sehr viel mehr reinpacken können als nur das. Also wir sehen hier, Atomic hat wirklich hier Type Name Bodenstrich Team. Wir werden noch in Templates genauer gucken, was das genau bedeutet. Aber wir können im Endeffekt hier wirklich so ziemlich alles angeben. Also wir können hier ein Char angeben, Int und so weiter und so fort. Wir können so ziemlich alles atomar gestalten. Und das heißt nicht, dass diese Variable sich nicht verändern kann. Das heißt einfach nur, dass quasi intern, innerhalb der Klasse, die da drum gebaut wird. Also das ist ja eine generische Klasse dann im Endeffekt. Und wir bauen uns da draus quasi eine Klasse. Und die verwaltet für uns das Ganze. Die macht alles mit Mutex etc. für uns. Wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Das heißt, jeder Zugriff auf die Variable Atomic hier. Also Atomic in unserem Fall Bool. Ähm, ASDF, I don't know. Also, ähm, die ist tatsächlich hier jetzt, ähm, sicher. Also Thread safe. Das heißt, wir können hier drauf zugreifen und können sicherstellen, dass wenn ein Thread diese Variable anfasst, dass es sie auch zu Ende anfasst. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Atomic, also ASDF ist gleich false. Ja, also, ähm, ASDF ist gleich true in dem Fall. Wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich davon ausgehen, dass egal wie viele Threads ich gleichzeitig laufen habe, egal wie mein Betriebssystem agiert, es hält sich immer daran, dass diese Ausführung hier atomar gemacht wird. Das heißt, das verhält sich quasi wie ein Bullieren, aber es ist atomar eine Operation. Und, ähm, das heißt, es kann nicht unterbrochen werden. Und das ist ziemlich geil, weil wir eben sicherstellen können, dass sowas hier nicht passiert. Intern arbeiten diese Dinger jetzt hart mit Threads und hart mit allen möglichen Spinlogs und was weiß ich was für Optimierungen. Ja, ich habe da keine Ahnung, was da alles intern gemacht wird. Es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr viel und wir müssen das eben nicht, ähm, implementieren. Und das ist schon ziemlich angenehm. Ähm, ja, ähm, ich würde vorschlagen, wir lassen es erstmal dabei für dieses Video, nur dass ich mal dieses Schlüsselwort Atomic oder diese Schlüsselklasse sozusagen Atomic eingeführt habe. Nächstes Mal schauen wir uns ein Beispiel an, wie man häufig mit solchen, ähm, Daten arbeitet und wie die eigentlich dann sich gegenseitig die Daten zuschustern. Okay, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.